Boah ey, ohne Spaß, ne, gar kein Bock gerade, ich bin viel zu müde, Alter. Guten Tag, Buenos Dias, Salam Aleikum, grüß Gott, möchtet jemanden wie nach Schnitzel? Deutschland, mein Geld ist knapp, ich zock euch einfach ab und sag, dass ich sieben Kinder hab. Ihr seid beim letzten Video richtig abgegangen, das hatte einfach über 2.263.065.000 ein Drittel Likes. Ihr seid auf jeden Fall richtig abgegangen. Wenn ich aktiver werden soll, dann gebt dem Video jetzt schon mal einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr in Zukunft nichts mehr von mir verpasst. Ja Leute, neues Video und ey, der Titel ist auf jeden Fall kein Clickbait. Ich hab mal so letztens auf Instagram gefragt, ja, sag mal so Vorschläge für ein neues Video und so. Und ein paar meinten so, ja, erzähl doch mal Schulstories. Und an sich, guck mal, es gab zwar schon so die ein oder andere Story, die ich so erzählen könnte, so was mir in der Schule passiert ist. Jetzt mal abgesehen davon, dass ich die Schule öfter gewechselt hab als meine Unterhosen. Und dann ist mir was eingefallen, ja, also Leute, passt auf, die Sachen, die ich euch jetzt erzähle, ne, die gab's nicht oder die darf's gar nicht auf einer normalen deutschen Schule geben. Okay, passt auf, abgesehen von der ganz normalen Schule, so von Montag bis Freitag, wurde ich auch samstags auf eine iranische Schule geschickt. Viele von euch wissen ja, ich bin Iraner und hier in Berlin gab's halt früher oder es gibt immer noch so eine Schule samstags von 10 bis 13 Uhr, so eine iranische Schule, wo man halt so lesen und schreiben und sowas lernt. Eigentlich wollten nur unsere Eltern, dass wir da hingehen, so, damit wir unsere Kultur nicht vergessen, unsere Sprache und so. Und ey, wenn ich ehrlich bin, das hat auch wirklich extrem geholfen. Aber ey, der einzige Grund, warum wir da freiwillig hingegangen sind, war einfach der, dass wir so samstags mit unseren Jungs auf dem Platz Fußball spielen konnten. So, ey, ich schwöre, sonst hat uns gar nicht gejuckt. Bruder, ein Lehrer dort, ne, der hat mir den Ball so hart in den Bauch geschossen, die wollten mich wirklich fast ins Krankenhaus bringen. Kein Scheiß jetzt, ne, aber egal, ist jetzt eine andere Story. Da ist auf jeden Fall richtig viel geile Scheiße passiert, aber ich denke, da wird auch mehr so mit meinen Jungs kommen, so Videos zusammen, ey. Ich freu mich auf jeden Fall drauf. Okay, fangen wir an mit der ersten Story, ne. Ey, ich freu mich so sehr, dass ich euch das erzählen kann. Jetzt pass einfach auf, okay? Okay, ihr müsst euch vorstellen, ne, wir hatten jedes Jahr einen neuen Lehrer, der davor nie auf der Schule gewesen ist, so. Also, frag mich bitte nicht, ich hab das System nie verstanden, keiner hat das System jemals verstanden. Zum Beispiel, wir hatten so einen Lehrer, ne, der hat einfach, jeder hat so im Unterricht sein eigenes Ding gemacht, wirklich, so. Einer war so am Handy, paar Leute reden, andere hören so Musik, einer zeigt so dem Lehrer Handyverträge, so. Die suchen so zusammen Angebot und so, ey, zu lustig einfach. Ey, mir ist gerade aufgefallen, ich hab komplett vergessen, Werbung für meinen Snapchat und für meinen Instagram zu machen. Los, folgt mal jetzt und edit. Dann, wir hatten immer so richtig chillige Lehrer, ne. Auf einmal, wir haben eine Lehrerin bekommen, Bruder, ich hab die vom Herzen gehasst. Nicht nur ich, alle haben die so gehasst. Mit wir meine ich mich und meine Kollegen dort, paar von denen kennt ihr sogar, also zum Beispiel Hassan aus meinem Bad-Video. Und Bruder, diese neue Lehrerin, ne, das war die einzige, die richtig durchgezogen hat. Bruder, die hat uns jede Woche auseinandergenommen, die dachte richtig so, die macht Militärausbildung mit uns. Ey, Dicker, die hat so ernst Unterricht mit uns gemacht, sie dachte richtig so, sie ist Professorin an der Uni. Ey, wir konnten nicht mal das persische Alphabet und ey, das ist wirklich kein Witz, wir konnten das ehrlich nicht. Auf jeden Fall war das dann so, ne, wir hatten einfach gar keinen Bock. So, okay, wir waren zwar jedes Mal im Unterricht, okay, das war's aber auch. Danach, wir kommen so von unserer Pause, ja. Wir hatten halt immer eine Pause, die so 15 Minuten lang war. Also, die war eigentlich nur so 15 Minuten lang, aber nach einer Stunde musste uns der Direktor immer so suchen, weil wir uns so im Schulkeller versteckt haben. Danach, wir gehen so hoch zum Unterricht und da hat die Lehrerin schon auf uns gewartet, die, die uns so auseinandergenommen hat. Und ey, die sagt einfach direkt, yo, packt eure Sachen raus, wir schreiben einen Diktat. Okay, ihr fragt euch jetzt bestimmt, ja, Diktat, was ist daran so schwer? Bruder, Diktat war wie Staatsexamen für uns, ey, wir konnten nicht mal das Alphabet, Alter. Dann, ich war so abgefuckt, ne, ich dachte so, ey, warum muss sie jedes Mal so ernst machen? Ich hatte einfach gar keinen Bock. Auf einmal, ich fange an, so meinen Kollegen neben mir voll zu labern. Bruder, ich hab geredet, geredet, geredet. Er sagt so gar nichts, ne, er hört einfach nur zu, er war noch so am Kippeln mit seinen Stuhl, ne. Und danach, ich hör auf, ich sag so nichts mehr. Auf einmal, er fängt so kurz an zu reden, ne, und die Lehrerin nimmt einfach so Kreide, zielt so auf ihn und wirft ihn so direkt ab, ey, der hat richtig Schock bekommen. Einfach, er ist fast vom Stuhl gefallen und dann, die Lehrerin haut noch so vor der ganzen Klasse raus, ja, ey, tut mir leid, ich wollte Arwin abwerfen, ey, dankeschön. Dann, ich hab sie einfach nicht mehr ernst genommen, ich musste einfach die ganze Zeit lachen, auch so meine Kollegen so, keiner hat sie mehr ernst genommen. Sie fängt an rumzuschreien, rastet so richtig aus und danach, sie sagt einfach, ey, sogar mein Besen ist schlauer als ihr. Junge, wir haben uns behindert gelacht. Dann, sie haut noch so Sachen raus wie, ja, sogar meine Katze ist schlauer als ihr. Sie versteht es, wenn man ihr Anweisungen gibt und so, ey, wir haben einfach nur gelacht. Und ey, Hasan, mein Kumpel, ne, nachdem sie das so gesagt hat, Hasan geht einfach so unter den Tisch, so vorallt und schreit einfach so richtig laut, so miau, miau. Meine Katze ist noch schlauer als ihr. Und dann hat mich doch unter den Tisch gegangen, ab zu lachen. Miau. Okay, danach, Tag war halt so vorbei, ne, nächster Unterrichtstag. Wir kommen so alle ganz chillig rein, so in den Unterricht, in die Klasse, so pipapo, tralala. Auf einmal, ne, wir sehen so, die Lehrerin installiert da einfach so eine Videokamera, so mit Stativ und so. Ey, wisst ihr, warum die das gemacht hat? Die meinte so zu uns, ja, ich will euer Verhalten filmen und das irgendeinem Schulamt zeigen oder so, einfach ohne Erlaubnis von uns. Ey, was ging ihr durch den Kopf, Juge? Ey, alle haben sich erst mal so gefreut. Ich dachte so, sie will Musikvideo mit uns drehen. Und danach war es halt am Ende so, ne, die wollte ein Elterngespräch mit mir, so. Fragt jetzt nicht, warum mit mir, so. Ich weiß nicht, der hat mich einfach gehasst. Dann, ich war so mittags mit meiner Mutter vor der Schule, ne, und ey, die hat angefangen, mich zu zerstören. Ey, Arvin macht dies, Arvin macht das, Junge. Die hat mich auseinandergenommen. Und ich hab einfach übelst angefangen zu heulen. Ey, ich war da, glaub ich, zwölf oder so. Dann, ich hab mich ja natürlich verteidigt, so. Ich meinte, dass sie uns ja auch fickt und dass sie uns auch so fertig macht, beleidigt und sowas. Gespräch war vorbei, ne, auf einmal, ich find sie so auf Facebook. Ich dachte mir, ja, okay, mal sehen, was sie so postet. Auf einmal, ne, ich finde einfach Posts auf Facebook, wo die Samstag so über unsere Klasse gelästert hat. Einfach, sie postet das auf Facebook. Junge, ich hab mich einfach wie Detective Conan gefühlt. Ey, ich dachte mir so, ja, Mann, jetzt werd ich's dir zeigen. Jetzt nehm ich dich auseinander wie ne Weihnachtsgans. Und ey, jetzt, guck mal, ne, ich hab so lange gesucht und ich hab noch einen Post von ihr gefunden. Ich blende euch einfach mal ein, was sie geschrieben hat. Oh Gott, ich habe Samstagvormittag nur mit Heulsusen zu tun. Mal macht mir Spaß. Guck mal, wie so ein Asylant, schreibt sie einfach. Aber sonst, fast alle Lehrer, die sonst noch da waren, die waren richtig korrekt. Ich schwöre so, Unterricht war immer richtig krass. Wenn ihr mehr von diesen Schulstories sehen wollt, dann wie gesagt, lasst auf jeden Fall ein Like da. Und ey, man kann einfach zu viel erzählen, fällt mir grad auf. Weil glaubt mir, Leute, ne, wir sind einfach über zwölf Jahre da hingegangen. So, ja, okay, ey, wir sind halt drei Jahre in der neunten Klasse hingelieben, aber... Deutschland, mein Geld ist knapp, ich zock euch einfach ab und sag, dass ich sieben Kinder hab. Ich schwöre, ich hab auch sieben, so viel hab ich getrieben.